hände hoch freunde das ding ist geladen und willkommen zur ersten folge von mods mit hacker freunde ja endlich mal mods hier auf diesem kanal und ihr seht es ich habe gleich mal die waffen mod am start für die handy version und ihr habt schon gesehen die waffe ist leer das ist ein start freunde von wegen die waffe ist geladen es fängt an mit fails freunde oben an ja mods mit pecker freunde es beginnt und wenn es euch gefällt oh mein gott wie sieht das denn aus wenn es euch gefällt lasst gerne post die bewertung da aber ich schnack mal nicht lange drumherum freunde wir starten direkt rein denn es gibt einige waffen die wir uns angucken müssen freunde also bis gleich ich habe ein paar freiwillige helfer mir rausgesucht und bereitgestellt die mit mir heute die waffen ausprobieren und zwar bringt die waffen mod diese waffen alle mit freunde aber ich habe das erste kleine problem und zwar ihr habt das schon gesehen an der akka ich kann die irgendwie nicht laden ich habe zwar dieses mac im inventar kann sie aber nicht laden warum wie geht das mit hier crafting table funktioniert auch nicht ich denke mit rechtsklick oder so würde das nur funktionieren aber keine ahnung wie das funktionieren soll freunde die akka können wir uns leider nicht angucken in dieser folge und ja also fangen wir mal mit etwas anderem an hier und zwar nehme ich einfach mal eine pp 90 freunde gucken was die macht und oh mein gott ist richtig cool aus okay macht die schaden ja oh mein gott aber bringt kein schwein sofort doch noch ein paar schüsse braucht ziemlich unpräzise freunde wie gesagt schreibt mir mal gerne in die kommentare wie man die dinger beladen kann ich habe keine ahnung wie das funktioniert ich habe eigentlich kein ding im inventar ich habe es aber im inventar ich weiß nicht wie man sie lädt im zweiten modus geht das auch nicht ich habe das ausprobiert vielleicht gedrückt halten oder so keine ahnung ich weiß es nicht freunde schreibt sie bitte in die kommentare gut was gibt es noch ein solstig was macht er es macht ein solstig kann ich damit immer kontrollieren geht nicht schade gut das funktioniert nicht freunde nehme die akt was war das aks 74 freunde aber sie bringt nicht sofort und das um da wollen wir mal was explosives benutzen freunde so was gibt es noch das ist munition wie ich habe munition ich weiß nicht wie das funktioniert das ärgert mich ziemlich doll das ist ein ein remote detater ähm was habe ich jetzt gemacht es passiert nichts ein raketenwerfer oder rocket call disconnect oder ist das dafür kann ich das nein jetzt kommen die creeper raus nein freunde stell zu machen vor die creeper auslaufen nein die creeper laufen raus nein 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 das müssen wir schnell ändern freunde das war fehl ist nehme jetzt eine g3 und jeder der hier aus büxt wird ja oh mein gott freunde es ist auch eine richtig coole animation zum laufen ichTim auf mal die sinn da und die die aus gesprochen sind werden dafür jetzt bezahlt eine epg wo mein gott ist gut ich glaube nicht mild freunde es geht naprawdę ich kann nur einmal schießen und dann geht das seinen nicht mehr Jetzt schieße ich hier nochmal ein bisschen um mich. Oh mein Gott, Freunde. Das ist richtig cool. Aber wie sind die... Nein, ich habe hier ein Loch gelassen. Oh mein Gott, bin ich doof. Jetzt habe ich wieder keinen. Wie geht das? Wie kann ich nachladen? Man, das ärgert mich. Es gibt so coole Waffen hier, Freunde. Aber man kann sie nur kurz benutzen. Und dann geht es nicht mehr. Das ist eine Schrotflinte. Zwei Schüsse und der Creeper ist down. Nice. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir noch so mit dieser Mod anstellen können, Freunde. Was kann ich noch... Was macht das hier? Keine Ahnung, was das war. Fabb, irgendwas. Ja, ich wiederhole mich, wie gesagt, mit der Munition. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oh mein Gott, was hat die eine viele Range? Schaut mal, von wo ich schießen kann. Oha. Krass. So, was habe ich hier? Ich habe hier eine Zange. Einfach eine Zange, Freunde. Die macht nichts. So, was habe ich hier noch? Eine kleine Pistole. Drei Schüsse und der Creeper ist down. Zack, zack, zack. So, was haben wir hier noch? Hatten wir die schon? Nein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob diese Mod nur für Handy-Version ist oder auch für die PC-Version, aber ich denke, dass das für beide ist, weil wenn es so eine PC-Version wäre, könnte ich das ja nicht spielen. Aber, ähm, keine, aber wegen dem Nachladen, wie gesagt, es gibt auch keinen Extra-Button, wo steht Nachladen. Ich kann es ja nochmal versuchen, hier AK-47 nehme ich hier mal, zack. Ich nehme das Mac. Keine Ahnung, ich nehme mal eine Crafting-Bench. Vielleicht funktioniert es dann, dass man die in die Werkbank packt muss, aber ich denke nicht. Zack, nö. Funktioniert nicht. Freunde, was mache ich falsch? Ich hoffe einfach, dass ihr eine Lösung dazu parat habt. Und ja, wie gesagt, das ist die Mod. Es ist einfach eine Waffen-Mod, Freunde. Ziemlich cool. Ich finde, wenn man das mit dem Nachladen rausfindet, ist es eine richtig coole Mod. Oh mein Gott, der war One-Hit. Oh mein Gott, die Animation. Zack, boom. Warte, kann ich den Slime da hinten? Zack, erwischt. Zack, erwischt. Oh, ah, Freunde. Ist ja richtig cool. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt mit dem Nachladen, ich sollte auch für mich zu wiederholen, ich weiß. Schaut unbedingt bitte in die Kommentare. Und, ähm, ja, das ist die Mod. Schreibt mir auch gerne weitere Mod-Vorschläge in die Kommentare. Und dann schaue ich mal, ob ich diese ausprobieren kann. Ähm, und auch benutzen kann. Hier in der Handy-Version. Und dann sage ich immer, danke fürs Zuschauen, Freunde. Und ja, lasst gerne einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich immer, danke fürs Zuschauen. Hau rein. Und dann tschau. Na komm, ein Schuss. So, äh, nicht one-hit. Und dann tschau. Freunde. Und dannuche ich natürlich auch wieder town. photographs. Musik 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 Musik